Sie sind bereit für die ewige Schlacht um den Titel. Die Lohreichen Elf. D-Elf Bay Reloaded. 14. Spieltag. Schalke-Pleite gegen Gladbach. Gegen drohende Torflaute therapiert sich Kevin Klapse-Kurani selber. Natürlich nicht ohne seinen Trainer Quälicz Magath. Der ist für die Liegestütze. Und der ist für den Waldlauf. Und der ist für die Kniebeugen. Ich glaub's ja nicht. Unser schöner Wetterkicker trainiert. Ach, auch ein blindes Huhn findet Mahler. Da ist das Tor, du Rasenspränger. Das macht gleich schon mal zehn Kniebäuschen. Los! Leverkusen-Stuttgart. 86. Minute. Spielstand 0 zu 3. Fußball-Opa Lehmann hat das Mittelgegentorflaute gefunden. Notbremse. Gelb. Strafstoß. 0 zu 4. Und so hat's der Schiri gesehen. Da! Gelbe Karte. Ich. Das ist ja wohl eine ganz klare Schwalbe. Ach so. Das alte Eisen einfach abschieben, wenn's unbequem wird. Und wer soll dann für Ordnung auf dem Platz sorgen? Du oder was? DFB Reloaded.